Ich darf Sie hier im Sankt Josef Schrift in Sennenhorst herzlich willkommen heißen. Das Sankt Josef Schrift Sennenhorst ist eine orthopädische Fachklinik mit einem orthopädischen und einem rheumatologischen Kompetenzzentrum. Mein Name ist Christian Brinkmann. Ich bin Chefarzt der Abteilung für Wirbelsäulenschirurgie und bin mit 13 weiteren ärztlichen Kollegen zuständig für alle Probleme rund um die Wirbelsäule. Wir möchten Sie gerne heute rund um die Spinalkanalstenose einmal informieren. Die Entstehung der Erkrankung wie auch die konservative und operative Behandlung der Spinalkanalstenose sollten dabei heute im Vordergrund stehen. Dabei möchten wir auch gerne einen Patienten, den wir hier im Sankt Josef Schrift Sennenhorst behandeln durften, zu Wort kommen lassen. Um die Ursachen einer Spinalkanalstenose besser verstehen zu können, ist es wichtig, sich einmal kurz mit der Anatomie der Wirbelsäule auseinanderzusetzen. Ich habe auf meiner linken Seite ein Modell, welches Sie von hinten sehen können. Wir sehen im oberen Abschnitt von hinten die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule sowie die Lendenwirbelsäule mit dem Becken unten als Abschluss der Wirbelsäule. Und es gibt verschiedene Elemente, die wir gleich sehen werden, die zu einer Spinalkanalstenose führen können. Zusammenfassend kann man also feststellen, dass eine Spinalkanalstenose verursacht wird durch im Wesentlichen einen Verschleiß der kleinen Wirbelbogengelenke, wie erwähnt, auf der Rückseite der Wirbelsäule und ebenfalls durch Verschiebungen oder Veränderungen und Verschleiß von Bandscheimengewebe. Ich hatte bis dato nie in meinem Leben was mit Rückenschmerzen zu tun gehabt. Und das begann und ließ dann auch nicht wieder nach. Im Alltag war ich also durch die Schmerzen schon sehr stark gehandicapt. Wir haben einen Hund, mit dem wir eigentlich immer lange Spaziergänge machen. Die konnte ich dann auch nicht wieder nach. Ich konnte dann nicht mehr nicht mehr machen. Ich konnte maximal noch 200-300 Meter gehen und dann nahmen die Schmerzen zu. Und wenn ich dann stehen lieb, waren sie also ganz exorbitant, die Schmerzen. Ich habe mir meine Mobilität habe ich mir dann so ein bisschen aufrechterhalten durch Fahrradfahren. Das konnte ich immer merkwürdigerweise fast schmerzlos. Und ich bin seit Jahren eigentlich ein begeisterter Golfer. Das fiel also auffällig unter den Tisch. Und ich habe einfach gesagt, so kann das nicht weitergehen. Also dann kann ich mich aber halt lebendig begraben. Die häufigste Ursache der Spinalkanalstenose ist die Arthrose der kleinen Wirbelbogengelenke. Das sind diese gelenkigen Verbindungen auf beiden Seiten, die uns das Bücken und Bewegen ermöglichen. Und im Laufe des Lebens durch Verschleiß und Bewegung kommt es zu einer Arthrose der Gelenke. Das heißt zu Knochenanbauten. Zum Teil wachsen diese nach außen in die Muskulatur. Da führt es zu keinen Problemen. Und zum Teil wächst von dem Gelenk Knochen in den Spinalkanal. Der Spinalkanal ist der Raum, in dem die Rückenmarkstrukturen und Nervenstrukturen verlaufen. Von der Halswirbelsäule bis zur Lendenwirbelsäule. Ich habe hier den Stift dort einmal eingefügt, damit man sehen kann, wo die Nervenstrukturen laufen. Das heißt, das Schwarze dort, Sichtbare, das soll die Nervenstruktur, die Nervenbahn darstellen. Und durch Knochen kann es natürlich dann verständlicherweise zu Druck auf diese Strukturen kommen. Ich möchte Ihnen noch einmal das Modell von der Gegenseite zeigen, damit Sie nochmal in den Spinalkanal hineinschauen können. Von hier, von dieser Öffnung, durch die Lendenwirbelsäule laufen die Nervenstrukturen, bis sie sich dann im unteren Bereich des Becken aufzweigen und dann entsprechend die Beine versorgen. Das, was am häufigsten von Patienten berichtet wird, ist, dass die Gehstrecke, die Gehfähigkeit erheblich eingeschränkt ist. Durch den Druck auf Nervenstrukturen und Rückenmarkschlauch kommt es dazu, dass Patienten meistens nur eine kurze Strecke, die mehr oder weniger lang sein kann, zurücklegen können, sich dann erst einmal bequem hinsetzen müssen, damit sie sich ausruhen können, um dann wieder ein Stück weiter zu gehen. Das Fahrradfahren hingegen ist deutlich besser möglich, da Patienten im Normalfall tendieren, sich etwas nach vorne zu beugen und dadurch der Spinalkanal sich öffnet an dieser Stelle. Neben Schmerzen an Hals- und Lendenwirbelsäule können natürlich auch Lähmungserscheinungen eine Rolle spielen. Wenn der Druck mehr oder weniger zunimmt, durch Bandscheimgewebe und durch Knochengewebe im Rahmen von Arthrose dann zusätzlich gewachsen, kommt es dazu, dass die Nervenfunktion sozusagen vermindert, sich entfalten kann und dann entsprechend Lähmungen auftreten. Ich bin dann anschließend zu einem Orthopäden gegangen, das hat aber eben nicht, der hatte gemeint, ich hätte das Iliosakralgelenk, hätte blockiert, das hat aber nicht geholfen, dann bin ich zu einem Physiotherapeuten gegangen und der hat mir dann zu Anfang meines Erachtens ganz gut geholfen, die Schmerzen ließen etwas nach, aber als ich mich etwas angestrengt habe, waren die Schmerzen wieder dann in dem ursprünglichen Zustand wieder da. Ich bin damit zu einem anderen Orthopäden gegangen, der hat gemeint, das wäre die Nervenwurzel, wäre irgendwie sichtbar gereizt und der hat mir empfohlen, Spritzen unter einem Computertomografen mir geben zu lassen. Das habe ich anschließend auch gemacht und mit relativ gutem Erfolg. Danach war ich eigentlich schmerzfrei, aber für 14 Tage, drei Wochen. Eine Spinalkanalstenose kann in ausgewählten Fällen auch einmal nicht operativ, also konservativ behandelt werden. Liegen Instabilitäten vor, die sich durch Röntgenuntersuchungen und durch ärztliche Untersuchungen gezeigt haben, ist es wichtig, rückenstärkende, rumpfstärkende Übungen durchzuführen. Dies kann unter initialer Anleitung durch Krankengymnasten durchgeführt werden und erlernt werden und dann anschließend auch selbst fortgesetzt werden. Dies ist eine wichtige Möglichkeit, um die Wirbelsäule insgesamt stabil zu halten. Darüber hinaus gibt es Techniken, Injektionstechniken, Möglichkeiten mit der Nadel, mit speziellen Mitteln an die entsprechenden Strukturen zu spritzen. Das möchte ich einmal am Modell zeigen. Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass wir ja häufig Verschleiß der kleinen Wirbelbogengelenke haben. Das heißt, dem Arzt ist es möglich, für einen Schmerzrückgang direkt an die Gelenke zu spritzen, dort ein schmerzwirksames Mittel zu hinterlassen, um anschließend eine Schmerzreduktion dort erwarten zu können. Das kann man einige Male machen und dann sollte es auch zu einer Beschwerdelinderung führen. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Technik, die sehr häufig verwendet wird. Dabei handelt es sich um Spritzen an die Nervenwurzel. Hier an der Seite kommen die Nervenstrukturen raus und bei einer Irritation oder schmerzhaften Schwellung in diesem Bereich kann man unter dem Computertomografen dort örtlich Schmerzmittel applizieren. Das kann man einige wenige Male machen, um zu einer Schmerzreduktion beitragen zu können. Wenn dann die Schmerzen nicht zurückgehen, dann sollte man es auch nicht fortsetzen. Dann bringen weitere Injektionen an dieser Stelle keinen weiteren Fortschritt. Wichtig ist darüber hinaus natürlich noch auch an Schmerzmedikamente zu denken. Das heißt, es gibt verschiedene Schmerzmittelarten, die verwendet werden können. Bei leichteren Schmerzen werden andere Schmerzmedikamente vom Arzt verordnet als bei starken Schmerzen. Insgesamt ist das natürlich nur eine symptomatische Behandlung. Das heißt, die Ursache wird dadurch nicht entsprechend behandelt. Aber vielfach gehen dadurch die Beschwerden schon zurück und lassen sich gut in den Alltag wieder integrieren. Dann habe ich mich wieder im Garten betätigt und die Schmerzen begannen schlimmer noch als vorher. Und danach haben sie eigentlich nicht wieder aufgehört. Ich hatte teilweise große Schwierigkeiten, nachts auch zu schlafen, eine Schlafposition zu finden, wo ich keine Schmerzen hatte. Da hat der Physiotherapeut mir wieder ein bisschen geholfen, dass das wieder ging. Meine Frau sagte, das ist kein Zustand, du musst jetzt mal eine zweite Meinung einholen. Und dann habe ich mich selber schlau gemacht und habe mir einen Termin geben lassen. Wichtig im Zusammenhang mit einer Spinalkranalstenose ist selbstverständlich die weitere Diagnostik. Das heißt, das Erkennen der Erkrankung an sich. Häufig haben Patienten bei Schmerzen, die in der Wirbelsäule entstehen, egal ob Hals- oder Lendenwirbelsäule oder auch mit entsprechenden Ausstrahlungen in Arme oder Beine, wenig Vorstellungen davon, wo die Beschwerden genau herkommen. Das heißt, das ärztliche Gespräch ist die erste wichtige Maßnahme an dieser Stelle, mit dem Arzt entsprechend die Beschwerden zu besprechen. Wichtig ist es, dass der Arzt an dieser Stelle auch die richtigen Fragen stellt. Denn nicht immer kann der Patient uns alle Beschwerden, die er verspürt, auch sicher und gut erklären. Das heißt, von ärztlicher Seite kann ich einen Patienten zur Spinalkanalstenose sehr gut fragen, wie weit ist die Gehstrecke, wohin strahlen die Beschwerden aus und daraus kann der Arzt schon relativ gut ableiten, welche Erkrankung eine Rolle spielt und ob in diesem Fall eine Spinalkanalstenose möglicherweise vorliegen mag. Wichtig im Rahmen der Diagnosestellung einer Spinalkanalstenose ist selbstverständlich die Röntgendiagnostik. Dabei ist es wichtig, Röntgenaufnahmen im Stehen durchzuführen, um eben zu sehen, wo Verkrümmungen oder Verschiebungen eventuell vorliegen an der Wirbelsäule. Daraus lassen sich Rückschlüsse gewinnen, in welcher Zone wichtige Instabilitäten möglicherweise vorliegen. In der Liegendaufnahme in der Kernspintomographie ist das leider nicht abzubilden und nicht zu erfassen. An diesem Bild sieht man einmal sehr gut im Stehen, wie so eine Wirbelsäule aussehen kann unter Belastung. Das heißt, wir sehen einen geraden Abschnitt hier oben, wir sehen einen sehr verkrümmten Abschnitt in diesem Bereich, bis es unten in das Becken übergeht und hier können wir gute Rückschlüsse rausgewinnen, wo die Hauptbelastungszone ist. Das heißt, in diesem Bereich wird enorm viel Knochen angebaut, weil dort die Hauptbelastungszone ist und das lässt wieder Rückschlüsse zu, was weiter möglicherweise therapeutisch zu tun ist. Die Basisdiagnostik einer Spinalkanalstenose besteht selbstverständlich aus einer Kernspintomographie, auch MRT genannt. Es handelt sich dabei um eine Untersuchung, die röntgenstrahlungsfrei ist. In einem Gerät werden Informationen gesammelt und entsprechend in Bildern dann umgesetzt, auf denen wir den Spinalkanal gut erkennen können, die Nervenstrukturen, die Bandscheiben und Schäden, die darum eingetreten sind. In der Kernspintomographie unterscheidet man offene Geräte von geschlossenen Geräten. Wir hier in Sennenhorst verwenden ein offenes Gerät, weil es vielen Patienten schwerfällt, in einen solchen sogenannten Tunnel zu fahren, um entsprechende Informationen zur Diagnostik zu sammeln. Deutlich komfortabler ist da ein offenes Gerät. Da hat man Raum drumherum und fühlt sich nicht so beengt wie in einem geschlossenen Gerät. Hier sieht man ein solches Bild aus der Kernspintomographie. Man schaut hier auf das schwarze Gewebe. Es handelt sich hier um Bandscheibengewebe im unteren Bereich der Lennwirbelsäule. Am hinteren Abschnitt ist dies helle zu erkennen. Das ist der Spinalkanal. Und das, was hier so schwarz-zungenförmig herausgetreten ist, das ist ein sehr großer Bandscheibenvorfall. Neben der Kernspintomographie kommt heutzutage weiterhin noch eine Technik, eine sogenannte Computertomographie zum Einsatz. Dabei handelt es sich um eine röntgenbasierte Technik im Gegensatz zur Kernspintomographie, die ja röntgenstrahlenfrei ist. Bei dieser Technik werden wesentliche Informationen gesammelt, die sich auf den Knochen beziehen. Und darüber hinaus ist es eine wichtige Technik, die wir verwenden bei Patienten, die einen Herzschrittmacher tragen. Herzschrittmacher-Patienten können leider nicht in einem Kernspin untersucht werden. Das ist technisch bedingt. Insofern kommen hier andere Techniken in Frage und damit eine Computertomographie. Damit kann man, auch wenn man sie kombiniert mit einer sogenannten Myelographie, die ich gleich noch erklären möchte, dann entsprechend genauso viele Informationen sammeln wie durch eine Kernspintomographie. Auf diesem Bild sieht man die Bildinformationen einer Computertomographie. Man sieht die einzelnen Wirbelkörper sehr schön abgebildet. Und im hinteren Abschnitt sieht man nach einer Kontrastmitteluntersuchung das eingebrachte Kontrastmittel. Hier sieht man mal eine Bandscheibenvorwölbung. So kann man vorgehen, wenn Patienten eine Kernspintomographie nicht durchführen lassen können, sondern eine Computertomographie mit Myelographie erforderlich ist. Eine Myelographie ist eine Kontrastmitteluntersuchung des Rückenmarkes, bei denen wir uns die Nervenstrukturen und den Rückenmarkschlauch durch Einspritzung von Kontrastmitteln sichtbar machen. Beim liegenden Patienten wird unter Röntgendurchleuchtung Kontrastmittel eingespritzt und anschließend werden Röntgenaufnahmen im Stehen gemacht. Das ist der besondere Vorteil einer Myelographie, dass wir uns bei speziellen Fragestellungen mit dieser Technik sichtbar machen können, wann Spinalkranalstenosen im Stehen vielleicht relevant sichtbar werden. Und zusätzlich ist es eine Technik, die wir verwenden können, wie eben schon erwähnt, bei Patienten, die einen Schrittmacher haben, bei denen eine Kernspintomographie nicht möglich ist. Dann hat es eine sehr gute Untersuchung durch einen Oberarzt gegeben und an diesem kam ja Dr. Brinkmann dann dazu und die haben mir anhand der MRT-Aufnahmen so genau erläutert, was bei mir nicht stimmt, dass der Spinalkranal an einer Stelle sehr eng ist und dass ich die Schmerzen praktisch nur durch eine Operation loswerden könnte. Und dann hat Dr. Brinkmann ganz bewusst darauf angesprochen, ob es sollte mich bitte über die Risiken aufklären. Eine Operation wäre ja so in Nervennähe und da möchte ich gerne kein Risiko eingeben. Und dann hat der Dr. Brinkmann mir sehr überzeugend so dargelegt, dass eigentlich so eine Operation heute Standard ist, dass sie häufig gemacht wird, dass man das unter dem Mikroskop macht und dass eigentlich keine Gefahr da ist, dass Nerven beschädigt werden können. Und dann war ich eigentlich sehr überzeugt davon und hatte mir noch einen Tag Bedenkzeit erbeten und dann habe ich mich dafür entschlossen. Beruhigt mit meiner Frage zu den Risiken und dann muss ich sagen, bin ich eigentlich auch dann sehr ruhig und gefasst in die Operation gegangen. Ich möchte Ihnen gerne am Modell erklären, wie wir rund um den Spinalkanal arbeiten, welche Strukturen sozusagen bearbeitet werden, wo wir Knochen entfernen und im Falle dessen, dass wir Implantat verwenden, wie wir ein solches einsetzen und entsprechend vorgehen. Zunächst möchte ich noch einmal zeigen, was wir hier sehen. Wir sehen eine Lendenwirbelsäule von hinten. Das sind die häufig tastbaren Dornfortsätze am Rücken. Hier befinden sich auf der einen und auf der anderen Seite die Wirbelbogengelenke und hier im inneren Bereich liegen die Nervenstrukturen eingebettet in den Rückenmarkschlauch. Wenn wir nun operativ eine Erweiterung des Spinalkanales durchführen wollen, dann müssen wir am Beispiel dieses Gelenkes hingehen und von dem Knochen im oberen und im unteren Bereich Anteile entfernen und natürlich die Einwüchse, die von hier in den Spinalkanal eingewachsen sind. Ich würde Ihnen jetzt einmal zeigen, wie wir den Knochen entfernen. Mit diesem Instrument können wir ganz präzise im Bereich der Lendenwirbelsäule Knochen entfernen. Das heißt, so wird der Knochen rausgenommen, wird dann entsprechend aus dem Körper rausgenommen. Schrittweise wird nun die Kontur neu geschaffen an diesen Stellen und wir können schrittweise dem Spinalkanal-Knöchern mehr Raum geben. Die Operation wird üblicherweise unter dem OP-Mikroskop durchgeführt. Das heißt, wir haben jederzeit einen idealen Blick auf die Nervenstrukturen, dass es in diesem Bereich nicht zu Verletzungen kommen kann. Nachdem wir begonnen haben, Knochen zu entfernen, können wir uns die Knochenkonturen jetzt besser anschauen. Der Unterbereich ist schön konturiert, zu den Seiten ebenfalls. Jetzt wird erneut getastet mit einem Häkchen. Kann man dort tasten, ob noch Vorsprünge da sind. Wenn das nicht der Fall ist, ist damit die knöcherne Erweiterung des Spinalkanales auch dann abgeschlossen. Das heißt, wir haben wenig Knochen, den wir dort entfernen unter dem Mikroskop. So viel, dass der Rückenmarkschlauch und die Nervenwurzeln wieder Raum haben. Aber nicht so viel, dass die Wirbelsäule anschließend instabil wird. Ich habe Ihnen jetzt einmal demonstriert, wie eine knöcherne Erweiterung des Spinalkanales in diesem Bereich aussieht. Wir haben jetzt von einer Seite die Arbeit durchgeführt, können aber selbstverständlich unter dem UMP-Mikroskop mit einer Technik auch entsprechend auf der Gegenseite Raum schaffen. Wichtig ist mir zu erwähnen, dass es natürlich viele Fälle gibt, wo das nicht nur an einer Stelle erforderlich ist, sondern wir auch vielleicht eine oder zwei weitere Stellen haben, an denen wir entsprechend Knochenmaterial zu entfernen haben. Immer haben wir als Chirurg vorher die Aufgabe, selbstverständlich zu prüfen, ob die Stabilität ausreichend gegeben ist, um neben einer Stelle auch weitere Stellen entsprechend zu erweitern. Das wird vor einer Operation entsprechend am vorhandenen Bildmaterial und durch Untersuchung des Patienten geklärt. Sollte neben einer Erweiterung des Spinalkanales zusätzlich eine Stabilisierung erforderlich sein, weil eine Wirbelsäulenverkrümmung vorliegt oder eine Instabilität oder eine Verschiebung von Wirbelkörpern, dann ist zusätzlich ein Schraubenstabimplantat erforderlich und der Ersatz der Bandscheibe. Das möchte ich Ihnen im Folgenden einmal erläutern. Wenn wir eine Stabilisierung durchführen, müssten wir immer eine Schraube im unteren und eine Schraube im oberen Wirbelkörper platzieren, um diese miteinander zu verbinden. Das erfolgt im Normalfall auf beiden Seiten. Ich will Ihnen das einmal jetzt auf dieser Seite demonstrieren. Unter Röntgenkontrolle wird mit einem Instrument in den Knochen eingegangen, ein Weg vorbereitet zur Implantation der Schraube. Nachdem der Weg vorbereitet ist, welches unter radiologischer Kontrolle kontrolliert wird, gehen wir anschließend hin und können mit einem Instrument diesen knöchernen Kanal austasten. Wichtig ist, dass dieser Kanal präzise platziert ist. Das heißt, wir dürfen weder zu weit außen den Kanal anlegen, dann liegt der Kanal in der Muskulatur. Noch natürlich darf er zu weit auf der Innenseite sein, um die Nervenstrukturen entsprechend nicht zu tangieren. Nach dem Schritt, den ich gerade erklärt habe, wird ausgetastet und ich kann genau feststellen, ob an allen Seiten jetzt Knochen meinen Gegenstand umgeben. Wenn dem so ist, ist der Weg ausreichend sicher vorbereitet zur Implantation der Schraube. Nun sieht man hier die Schraube, die nun im Knochen zu verankern ist. Die Schraube werde ich jetzt einmal mit einem Setzinstrument einbringen. Das heißt, in dem vorbereiteten Weg wird nun die Schraube schrittweise selbstschneidend verankert. Sie sehen, dass es relativ gut hält. Die Knochenqualität ist hier, da es ein Modell ist, ausgezeichnet gut. Und wenn die ausreichende Tiefe erreicht ist, wird das Instrument abgekoppelt und die Schraube verbleibt im Knochen. Für eine Stabilisierung in einem Segment sind wie eben erwähnt jeweils zwei Schrauben rechts und zwei Schrauben links erforderlich. Hiermit wird jetzt die zweite Schraube platziert im oberen Wirbelkörper. Schrittweise wird diese nun in die Tiefe eingebracht, um dann anschließend eine gute Stabilität zu erzielen. Und das Setzinstrument wird wieder entfernt und die Schraube verbleibt im Knochen. Um die Schrauben nun miteinander zu verbinden, bedarf es eines Stabes. Das heißt, durch einen Stab werden die Schrauben miteinander fixiert. Die beiden Schrauben werden nun mittels Stab verbunden. Der Stab wird entsprechend den anatomischen Bedürfnissen eingepasst, ist entsprechend von mir bereits vorgebogen. Und nun wird der Stab durch diese beiden kleinen Schrauben fixiert. Zunächst mit einer Schraube und dann anschließend mit der zweiten Schraube. Die Schraube wird wieder so eingebracht, dass das Ganze dann Halt findet. Die Stabfasszange wird entfernt und so sieht nun die Verbindung zwischen zwei Schrauben aus. Wichtig ist jetzt, diese Strauben-Stabverbindungen dauerhaft zu sichern. Und das geschieht, indem man mit einem definierten Drehmoment diese Schraube, die sich im Inneren befindet, zu sichern. Es ist ein Knack zu verhören und damit ist das ausreichend gesichert. Das geschieht mit der zweiten Schraube ebenfalls. Bevor wir die zweite Schraube sichern, geben wir der gesamten Wirbelsäule die entsprechende Form. Das heißt, wir haben als Chirurg jetzt die Möglichkeit, die Form der Wirbelsäule zu gestalten. Das heißt, mit einer solchen Zange können wir den Abstand entsprechend erweitern, wenn es erforderlich ist. Wir können aber auch hingehen, was häufiger der Fall ist, und dann entsprechend die Schrauben näher aneinander bringen, um dann entsprechend die Form der Wirbelsäule zu korrigieren. Um dieses Ergebnis zu sichern und zu halten, wird nun auch die zweite Schraube fixiert und dann wieder definitiv mit dem entsprechenden Instrumentarium und mittels Drehmoment fixiert. Das Instrument wird wieder aufgesetzt und anschließend wieder gesichert. Die Schrauben-Stabverbindungen müssten Sie sich jetzt auf beiden Seiten vorstellen. Wir haben jetzt auf beiden Seiten eine feste Verbindung. Üblicherweise ist das nicht ausreichend, um ein Wirbelsäulensegment ausreichend stabil zu halten auf Dauer. Es bedarf der Entfernung der Bandscheibe, denn die Wirbelsäule würde in diesem Fall weiter im vorderen Bereich schwingen und dann käme es auf Dauer zu einer Lockerung in diesem Bereich. Dazu ist es nun erforderlich, die Bandscheibe auszuräumen und entsprechend durch ein Implantat zu ersetzen. Nach der Operation, weil das Aufwachen war für mich ohne jegliche Probleme, was sie als sehr angenehm empfunden hat, kam erst der Anästhesiearzt, hat sofort mir gesagt, es wäre alles gut gegangen, ich könnte ganz ruhig sein und auch ein wenig später kam auch Herr Dr. Brinkmann noch und hat mir gesagt, es ist alles gut gelaufen, neurologisch hätte ich nichts zu befürchten und das war für mich sehr beruhigend. Und ich bin dann hier aufs Zimmer gekommen und an dem gleichen Abend konnte ich mich in dem Zimmer schon wieder mit so einem Hochrollator ganz gut durchs Zimmer bewegen und ich habe auch anschließend, gut, man hat natürlich unter Medikamenten gestanden, aber ich habe in der ganzen Zeit, also bis zu dem Tag, wo die Medikamente abgesetzt wurden und keine nach Schmerzen empfunden. Sollte eine Operation umumgänglich gewesen sein und diese durchgeführt sein, wird bei uns im Sankt Josef Schrift in Sennenhorst täglich nach einer Operation Physiotherapie durchgeführt. Das heißt, eine Physiotherapeutin oder ein Physiotherapeut kommt zu Ihnen oder kommt zum Patienten, wird entsprechend die Mobilität verbessern und entsprechend anleiten, eigene Übungen auch durchzuführen. Dazu haben wir einen Ratgeber, der bebildert ist und den Patienten auch später zu Hause erklärt, wie man diese Übungen, die hier erlernt werden, dann auch fortsetzen kann. Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, dass nach einer Operation in den ersten Tagen die Pflege unterstützend zur Seite steht, um wieder gut aus dem Bett zu kommen, um wieder gut auf die Beine zu kommen und mobil zu werden. Im Nachhinein würde ich natürlich sagen, man hätte wesentlich eher vielleicht doch sich die zweite Meinung einholen sollen und ich muss auch dazu sagen, sondern natürlich war so ein Physiotherapeut und auch der erste Orthopäde, bei dem ich gewesen bin, der hatte so einen operativen Eingriff, das war so jenseits deren Denken und das kam gar nicht in Frage und gut, man macht es sich so ein bisschen zu eigen, da habe ich auch gar nicht dran gedacht, aber im Nachhinein muss ich sagen, also das hätte ich wesentlich eher machen sollen. Ich hoffe, wir konnten Sie rund um das Thema der Spinalkanalstenose heute gut informieren und möchte mich aus Sennenhorst für heute von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.